Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Die 17. Woche Fortnite 2 Chapter 2 hat angefangen und mein Nvidia Archiv zeichnet ja nicht nur Kills von mir auf, sondern auch meine Eliminierungen. Anbei ein Zusammenschnitt der letzten Woche, bei dem ich mich besonders dämlich angestellt habe. Bis zum nächsten Mal. 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 Das soll es dann hier aber erstmal gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's dann mal gut.